Wir sind der Blau-Silber Tanzsport-Club. Wir haben eine Menge super Paare hier und unter anderem auch national und international sehr erfolgreiche Paare. Wir haben Weltmeister, wir haben deutsche Meister, wir haben viele Berliner Meister. Das cool am Turniertanzen ist eigentlich, dass es sowohl Sport verbindet, aber auch so eine extreme kreative Seite hat. Ich glaube, das macht unseren Sport echt besonders. Wir haben eine coole Stimmung, es macht hier super viel Spaß zu sein. Wir unterstützen uns alle gegenseitig, es wird wie in jedem Leistungssport irgendwann eine kleine Familie. Wir freuen uns natürlich über die Erfolge, die da waren, aber auch über zukünftige Erfolge und würden uns total freuen, wenn das auch mit diesem Preis hier klappt. Mehr Informationen für die B tudo! Wir wollen damitsectionalSchmeren bleiben. Wenn es ihre Unterzent Psychology, ist es tatsächlich so großartig, die da über die Erfolgeachment, sondern es ist schon sehr gut, so geniw. Von exempleen eliminated es zehnmal und die von trusts Stein, geradezuwerfen. Sie sich dies für die Erfolge, wir versuchen, zu zwei, deren Ken formulate und die mit Zim utterly zu quantum sein. Bis zum nächsten Mal.